Ja Freunde, jetzt wird es ernst. Jetzt wird es ernst. Danke nochmals an alle, die eine Unterstützungserklärung unterschrieben und eingeschickt haben. Dank euch ist es uns möglich, in sieben von neun Bundesländern auf dem Stimmzettel zu stehen. Und ohne euch hätten wir das niemals geschafft. Wenige haben uns das zugetraut und nun ist es Realität. Danke, danke, danke nochmals dafür. Aber jetzt geht es um den Wahlkampf. Jetzt geht es darum, Gas zu geben und bis zum 29. September dafür zu sorgen, dass die Liste Gaza tatsächlich auch in aller Munde ist. Dafür braucht es auch Wahlwerbung. Und Wahlwerbung kostet Geld. Das heißt, wir bitten euch, je nach Möglichkeit, einen Beitrag spenden. Hier ist die Bankverbindung zu unserem Konto. Spendet so viel ihr könnt, so viel es geht. Und unterstützt uns dabei, dass wir Wahlplakate, Flyers, Poster etc. etc. drucken können. Wir brauchen deine Unterstützung. Vor allem die finanzielle Unterstützung. Aber auch Word to Mouth. Weitersagen, weitersagen, weitersagen. Und die Liste Gaza in den sozialen Medien, aber auch bei Freunden und Familie diskutieren. Pro und Contra abwägen. Und wenn ihr meint, dass Menschlichkeit unterstützungswert ist und Völkermord absolut abzulehnen ist, dann helft uns dabei. Liste Gaza sagt Danke und wir sehen uns und hören uns und lesen uns spätestens am 29. September, wenn es heißt, die Liste Gaza hat die 200.000 Stimmen, um mit zumindest einer Spitzenkandidatin ins Parlament einzuziehen. Let's do this! Let's do this!